Es ist soweit, gleich könnt ihr abstimmen, welche acht YouTuber ihr auf die Insel schicken wollt. Falls du noch nicht weißt, was TubeClash ist, auf startnext.de slash TubeClash gibt es die Erklärung. Außerdem tickt die Spendenuhr, je mehr zusammenkommt, desto fetter wird die Show. Jetzt zu den Voting-Regeln. Gleich seht ihr die Top 20. Durch einen Klick auf das Bild votet ihr für euren Favoriten. Für Mobilgeräte stehen die Voting-Links in der Videobeschreibung. Ihr könnt für so viele YouTuber, wie ihr wollt, stimmen. Die acht mit den meisten Klicks kommen auf die Insel. Das Voting läuft bis zum 21. April um 15 Uhr. Gruppenregeln. Von jeder Gruppe darf nur ein Teammitglied auf die Insel. So wollen wir die Gruppe bunt und abwechslungsreich halten. Gast auf Dritte des Restteams sind natürlich nicht ausgeschlossen. Durch einen Klick auf der Top 20-Card kommt ihr bei einem Team zu einer zweiten Tafel. Hier wählt ihr, welches Teammitglied ihr auf die Insel schicken wollt. So, das war's. Viel Spaß beim Voten! 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 Untertitelung des ZDF, 2020